Es geht hier noch Ewigkeiten weiter so wie ich das sehe. Vor allem hat das schon wieder ein Radio. Wichtiger Testarber hat zerstört. Okay. Man muss also 30 Kameras runter machen. Runter knallen. Das kann ich auch mal nicht ledigen. Dann hab ich jetzt das Radio hingekriegt. Okay hier drüben. Scheiße, jetzt haben wir eine unglaublich große Fläche und ja, das Empfangssignal sein könnte. Ah, das Tri-and-Error-Prinzip. Wo ist das Teil hingefallen? Ah man, ich hab kein Bock drauf. Okay, wir ziehen weiter. Ich hab keinen Bock das Radio zu machen. Und wenn ich keinen Bock habe, dann hab ich keinen Bock, liebe Leute. Menschen, die das offen und ehrlich zugeben, sind sehr gute Menschen. Deshalb mach ich es ja auch. So, weiter. Jetzt brauchen wir hier ein Portal. Und dann hier. Oh, das ist wirklich ein cooles Rätsel. Achtung, jetzt muss ich da nämlich schauen. Nein! Egal, wir behalten ja unseren Speed. Warte, warte. Warte, warte. Let's get into this over there. Woah. Scheiße. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Sehr schön. Also, verpüssen wir uns. Jetzt steht uns noch der letzte Test bevor, liebe Leute. Dann hab ich das Spiel in einem Stück aufgenommen. Nein, das... Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Weiter. Test 19 von 19. Mit Kuchen. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment-Centers müssen beide Hände leer sein. Wär, schief. Hier, kuh-kuh-kuh-kuh-kuh-tet. Kuchen. Lüft man nicht rein. Tja. Tatsächlich habe ich gerade keine Ahnung, was ich tun muss. Überrascht euch das? Also bitte. Okay, ich glaube ich weiss, was ich tun muss. Yo, ich bin ein Genie. Ich hab's immer schon gewusst. Oh, fuck. Oh, fuck. Was? Ich hab's immer schon gehalten. Ich hab' nämlich gerade übers Chester da auch. Hier irgendeinen Fehler zu machen. Tja. 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 Kuchen! Gratulation, der Test ist vorüber. Wow, ich freue mich. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Das ist viel. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Okay. Versuchen wir mal uns selbst zu retten. Okay. Was machen Sie? Schluss jetzt! Ich! 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 Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben. Was machen Sie? Schluss jetzt! Ich! 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 Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie tütteln. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ihren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Okay. Wie kann ich das Radio mitnehmen? Hoffenbar gar nicht. Okay, doch. Wartet jetzt die eins setzen und dann können wir es holen. Das ist gar nicht schwer. Okay. Wo ist das Signal? Dann das will ich jetzt schnell. Jetzt, wo ich den ganzen Abwand betrieben habe, um es überhaupt zu bekommen. Was ist das denn? Ja. Du bist aus. I- Du bist aus. Du bist aus. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Du fühlst nicht, du bist ein Computer. Wir haben es. Tschüss, Radio. Ich bin fies. Okay. Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Finden wir es raus. Scheiße. Okay. Da müssen wir nicht hin. Denn da ist unser Tod. Und mehr nicht. Ich habe schon gesagt. Tschüss, Radio. Okay. Okay. Let's start this function here. Ich kann mich mal hier hin. Ein Projektor. Okay. We're competing with Flag Mesa. Nice, nice. Oh, Aperture Computer. Nehmen wir doch einen mit. Wieso können wir hier Portale setzen? Das ist nicht mal anständiger Boden hier. Okay. Ja. Und ein Rewardsstuhl. Da hat er Portalenraum. Und ein Rewardsstuhl. Ich weiß sogar, welcher Raum das ist, aber ich weiß nicht, was ich jetzt gerade tun muss. Ich glaube, mich erinnert zu müssen, dass wir oben in die Röhre mussten. Nur weiß ich nicht, wie wir da hinkommen können. Was machen Sie denn? Wir haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Du bist die falsche Richtung. Was für ein Diss. Okay, hier kommen wir wieder hin. Und uns durchziehen lassen. Oh, ein Cube. Cube! Okay, wo gehen wir hin? Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Ja, ja, ja. Ich komm schon. Ich habe aber keinen Cube. Ich brauche gar keinen Cube. Glaube ich jedenfalls. Oh je, der Kuchen ist angeschnitten. Ich habe gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollen nicht. Es ist aber auch das, wenn Sie mich behalten. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, was wir tun müssen, aber ich kriege alles. Es läuft. Die Gästungen sind automatisch. Lade Daten a la Half-Life 2. Ich glaube nicht, dass du weisst, wohin ich gehen will. Help, the cake is alive. Ja, ich weiss. Ah, ich krieg das hin. Ah, scheisse. Diese Goat-Türen, die ich nicht aufkriege. Okay. Dort oben hin, irgendwie. Warte mal, jetzt gibt es die Türme. Die gehen nicht hoch genug, scheisse. Wie kriegen wir das hin? Fuck, 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 fuck. Ich weiss grad nicht, was ich tun muss.